Nominiert für den Innovationspreis ist 4D-Joystick, ein innovatives System zur Kontrolle von nicht-trivialen Spielzeugen mit dem Mund. Für Kompetenznetzwerk, Informationstechnologie zur Förderung der Integration von Menschen mit Behinderungen. Der 4D-Joystick ist ein neues weltweit einzigartiges System, welches es Menschen mit schweren körperlichen Behinderungen ermöglicht, nicht-triviale Spielzeuge wie ferngesteuerte Flugzeuge, Helikopter, Multikopter, Autos und Boote vollständig, zuverlässig und exakt mit dem Mund zu steuern. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020